Oh Gott, hoffentlich ist sie nicht tot. Ich habe vorhin einen Bericht gesehen über Monsterwellen und Tsunamis. 20 oder 25 Meter hohe Wellen, mitten auf dem Meer, die einfach so kommen und ganze Schiffe verschlingen. Das ist heftig. Ah, interessant. Ich mag solche Sendungen. Segel einholen! Segel bereit machen zum Anlegen! Hoffentlich geht's sehr gut, ey, hoffentlich geht's sehr gut. Hoffentlich kriegen wir ja auch irgendwie eine Queste, dass wir die finden. Kann ich eigentlich mit dem... Guck mal, Sami. Ach nee, das ist was anderes. Willkommen! Auch wenn wir schon mal hier sind. Verbessern, ja... ... ... ... ... ... ... So viel mehr können wir jetzt auch gar nicht mehr. Hier fehlt uns noch ein bisschen. Wir sehen uns dann! Wir sehen uns dann! ... ... ... ... ... ... ... ... Das Weingut hier? Wo war denn das Weingut hier? Scheiße, ich weiß nicht mehr wo das Weingut war. Warte, hier muss es doch eine Queste geben. Ich meine, das kann doch jetzt hier nicht so einfach. Ich meine, das ist doch nicht so einfach. stand er nicht immer oder man erwartet nicht da das wein gut ne shit da ist doch nichts da ist das wein gut oder ja mag es wein gut da steht es doch ja Oh, 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 oh. Sind alle krank hier. Verdammt, wo ist der hin? Aber wenn wir schon mal hier sind, könnten wir eigentlich mal diese Rätsel da lösen. Warte mal. Geh zum verbrannten Tempel in Kausos. Im verfluchten Tal von Palais findest du mich in einem Haufen brennender Asche, wo ein Gläubiger seinen Pfosten aufgegeben hat, um ein neues Leben als Pirat zu führen. Trotzdem, das ist doch scheiße. Ich dachte, wenn man hier zurückkommt, dann kriegt man hier noch so eine Dingsmütche, eine Aufgabe. Aber, oh, Lila, wir könnten noch nicht anziehen, verdammt. Aber er ist ja fast mal soweit. Wenn wir dann in Lila Sache, dann geil. Was, da waren wir ja gerade? So, wo war das jetzt? Was ist denn hier irgendwo? Föber, Markus. Sind wir nicht hier? Wenn die nicht hier sind, kann ich mir gut vorstellen. Oh, da hinten haben wir noch ein Fragezeichen. Wenn die nicht hier sind. Kann das nur bedeuten, entweder die sind tot oder aber, was ich mir eher vorstellen kann, dass die jetzt irgendwie die Insel verlassen haben, weder. Ob wir die denn in einer späteren, also später dann wiedersehen. Wir gehen jetzt erstmal dahin und dann gucken wir nochmal nach dem Tempel, äh, nach dem Fragezeichen. So, wir sollen hier zu dem abgebrannten Tempel gehen. Okay, warte mal, was ist hier der Tempel? Geh zum verbrannten Tempel in Krausus. Im verfluchten Tal von Palais findest du mich in einem Haufen brennender Asche. Adrenalin pro Treffer. Ja, sehr gut, haben wir es geschafft. Gut, wo war jetzt das Fragezeichen? Warum wurde das mir vorher nicht angezeigt? Aber das war so klar, dass diese Seuche hier ausbricht. Irgendwie konnte man sich das denken. Das ist, du wirst für deine Gutmütigkeit gleich wieder bestraft. Nicht, dass da irgendwas, was tutet bei rauskommt. Nein, du wirst diese Fresse gepackt. Nein, du wirst bestraft. Was ich eigentlich richtig furchtbar finde, weil... Aber machst du halt die Gegenteile, wirst du ja denn... Wolfshöhle. Hier werden sie besonders wachsam sein. Vor allem, wer wird hier wachsam sein? Okay, Wölfe. Was haben wir hier drinnen? Alphatier legen. Alles klar. Alles klar. Hier hinten haben wir noch ein Trüchen, was wir mitnehmen können. Und dann hauen wir hier auch wieder ab. Im Grunde ist mir das denn doch ein bisschen zu... zu... zu doof gemacht. Oh, ich... Oh, ich... Schade, dass ich keinen Attentat machen konnte, hätte ich gerne gemacht. Gut, können wir alles nicht überhauchen, aber seial, habe ich jetzt hier noch irgendwo Fragezeichen übersehen auf dem ganzen Ding hier? Ich bin ein Teil davon, was ich weiß, was ich bin ein Teil davon ausgeliefert, was ich bin ein Teil davon ausgeliefert. Komm schon. Und weiter. Ella. Wo reitet er jetzt hin? Ach, verdammt, ist es wieder da. Drücke Dings, um zur Kartenmarkierung zu kehren. Das ist doch die Richtung hier, oder nicht? Ich sehe an die, warum der... Na ja, wir werden schon irgendwo hinkommen. Mein Gott, die reitet aber auch einen Scheiß zurecht. Wir müssen doch immer noch einen Hai finden, ey. Das kotzt mich an. Ich kotze nicht an, dass wir hier... ...dass Föbe hier nicht mehr ist. Dass man hier niemanden fragen kann, ob man das Kind gesehen hat. Wir können doch nicht mehr mit irgendeinem Reden hier nischt. Schade, schade, schade. Das ist richtig, richtig mies, ist das eigentlich. So, wir gucken mal hier nochmal zum Schiffswrack. Die werden das schon irgendwie geschafft haben. Bin ich mir fast sicher. Mal erhofft. Man hofftet auf alle Fälle. Was ist das da? Piraten. Das andere auch? Schoder. Alle Fau. Böden bereit machen. Schieß! Wir zeigen Ihnen wie ich wurde. Pfeiler bereit. Der Pfeil wird gleich kaputt schießen. Na warte. Sie sind meine Frierunfähigen. Wir müssen erneut schießen. Erhöht das Bedroh. Bleidet euch fest. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht an einen Sieg. Sie schießen gleich. Wir müssen zurück auf Position. Wir müssen das reparieren. Ich schieße über die falsche Taste hier. Komm, drauf jetzt da. Der Fein feuert gleich. Kapitän, die Ruderer halten das nicht durch. Kapitän, sie kommen direkt auf uns zu. Sie sitzen fest. Auf und blank. Wir kapern dich. Ich werde dir einen schnellen Tod vergessen. Ich werde dir einen schnellen Tod vergessen. Wo ist denn der Fettsack? Hier kriegst du auf jeden Fall den Loot von den Kisten. Sehr gut, Männer. Ihr seid die Besten. Odessa sieht so blutig aus. Schützen auf Position. Warte auf die Schützen. Bereithalten zum Feuern. Ich brauche die Schützen. Achso, das geht schon unter. Wo ist denn das andere Schiff? Mach's schnell ab. Los, doch. Und der Sturm führt so nieder. Lasst die Ruderer kurz ausruhen, Kapitän. Ja, voll. Odessa, Alter. Was war der jetzt für mich? Was war der jetzt für mich? Okay, wir haben irgendwas abgeschlossen. Ach, das war die Aufgabe mit den Piraten, was war. Ähm, ja. Lass mal gucken. Anderthalb Stunden. Wir brauchen noch einen Scheiß. Entschuldigung. So. Halt. Wir brauchen die Schützen. Schneller. Lauf. Gleich schießt ihr uns. Feuer. Feuer. Lauf. Bereit zum Feuer. Alaka. Sie nehmen Tods am Boden. Der feindliche Kuss ist allein. Wo ist denn vor? Feindliche Pile. Sie lassen sich bereit, ich kann sich steuern. Ich glaube, die erwischen uns gleich. Never ever. Und zwar. Und deshalb lebt ihr ihr Lebensabenteuer. Kannst du sagen, was du willst. Das macht so viel Laune, ja. Könnt ihr mal erinnern, den komischen Typen da? Da ist noch ein Schiff. Spann's, die Bögen! Sie sind bereit zum Feuern! Sechst ihr, ihr Kamm! Pass auf, Pfeile! Raus uns nach Waffen! Kapitän, sie versuchen uns zu verarbeiten! Aber sollen sie doch. Feuer frei! Verschwendet keine Pfeile! Wir können sie ins Brand stecken! In der Gomp! Bogen schützen! Haltet euch bereit! Ihr darfst! Wir stürmen das Schiff! Blutrünstig! Jetzt, Tore, Exi! Alter, ist das ein Imbetzel hier! Das ist doch der Wahnsinn! Ein Klavier! Tore, Vielen Dank.